Servus meine Freunde, da bin ich wieder euer Grolsch007 mit Farbensturm Berlin im Camp Heidekrog Runde 5. Ja, wir wollten eigentlich gegen das andere grüne X Team spielen, aber die wollten nicht so ganz richtig. Zumindest nicht im Teil 5. Ihr müsst Teil 6 schauen, dann findet ihr die Lösung. Und ja, jetzt Teil 5 und das geht bei mir ein bisschen kürzer. Derjenige aus dem roten Team, weil schon Bescheid weg gemeint ist. Ja, viel Spaß beim reinschauen. Bummelt nicht so, wir sehen uns auf dem Spielfeld. Tschö, mit Ö. Ihr müsst schon nicht Finger drücken. Blau geht rüber oder hier. Hier oder hier oder weiter. Wenn ihr könnt, ihr auch hierbleiben. Nee. Na jetzt mal rüber, ihr Mäuse. Wir sehen uns gleich. Hahahaha. Okay, Blau ist nach da. Jep. Ich geh auch rechts. Ready. Ready. Fanzi. Fanzi. Was hast du denn jetzt gemacht, Fanzi? Boah ey. Leute. Wir haben gewonnen. Aye, nein, nein. Michael ist im Bunker. Michael ist im Bunker. Hinter dem Bunker ist einer raus, aber Michael ist da noch. Der Bunker ist mindestens einer oder einer Kante. Der Bunker ist im Bunker. 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 Alter. Der Bunker. Der Bunker ist im 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 Bunker.